moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft ja wir haben in der letzten folge geschafft die kapitänskajüte ein bisschen auszubauen und hier müssen wir auch noch dicht machen war aktuell brauchen wir das ja noch so wie es ist ich hoffe den kriegen war ja geil perfekt den haben wir erwischt eine planke haben wir bekommen so dann müssen wir hier auch mal schauen machen wir wieder ja wir haben gegate rüben fertig können wir haben wir nichts mehr an rüben haben wir hier noch liegen hier haben wir noch üben zum brutzeln wollte schon sagen und noch eine planke rein haben wir noch planken wir haben auch drei planken das und das können wir eigentlich wegschmeißen dann schauen wir mal was wir hier haben nice und farbe müssten wir jetzt auch dahinten wieder haben war zur farbe da können wir gleich ein bisschen weiter färben wir haben überlegen das alles schwarz zu machen dann mit roten teppichen oder sowas hier bisschen weiter auszubauen da sehe ich gerade ein fass was wir haben wollen und da hinten noch eine kleine insel aber die kleinen die interessieren uns nicht nein ich wollte mich der palmenblatt weil jetzt muss ich den so nehmen jetzt ja jetzt haben wir den ich dachte schon wir nehmen denen auch noch mit so dann gehen wir mal nach oben und machen hier wieder die erste wandreihe wenn wir hier das zu machen können und den da knappen uns auch noch die bellen sind aber heute hoch hier richtig hoch heute da fehlt noch ein bisschen was so wie weit sind die hier jetzt nice so rüber rein planke rein haben wir dann noch irgendwas was wir grillen können ja die steaks können grillen hier die die eine kartoffel können wir auch noch grillen kommen wir essen mal die pilze die blätter lieber nicht können wir das mal hier reinpacken den einen können wir wegschmeißen davon haben wir auch fast gar nichts mehr und kommen den einstein pack mal unter rein was können wir noch hier reinpacken die brauchen wir nicht die können wir wegschmeißen und seile so stimmt wir können ja das da reinpacken ne rohe kartoffeln hier können wir nur rohe kartoffeln reinpacken okay was soll ich warum soll ich die rohen kartoffeln da rein tun naja egal also ladung die kartoffeln aber ich glaube früher später müssen wir das machen so da können wir das wegschmeißen die beiden schnappen uns noch eben den da werden wir nicht mehr kriegen glaube ich ne der ist verloren auf ewig toll ich hab wieder palmblätter können wir noch wegschmeißen das den den muss ich mal wieder einsetzen der war ja nicht nur hier drinnen und okay das haben wir nicht genug aber die sind wieder nice auch noch ne planke rein können wir das auch mal anfangen zu essen trinken müssen wir auch noch sofort boah wie viele rüben muss ich essen so einmal voll machen und von unten auch noch einmal kommen wir da ran von hier hin nö das heißt ich muss wirklich immer hier hingehen um wasser aufzufüllen so dann schauen wir mal wo ach wir haben hier ja noch farbe und stein hier rein die pilze wollten wir essen naja egal das kommt auch noch da rein tue ich die doch vielleicht lieber wieder hier hin ach hier habe ich den pinsel ne hier geblieben so die sind durch noch ne planke rein und dann die kartoffeln so dann wollen wir das ja womit fangen wir an unten vielleicht den boden erstmal alles oder die wände ah den können wir auch schwarz machen nice komm wir machen wir machen hier erstmal alle wände so dann das hier noch und den hier was können wir noch schwarz machen den könnten wir schwarz machen den könnten wir schwarz machen hm müssen wir mal schauen aber einmal farbe haben wir noch beziehungsweise wir haben hier aber keine samen reingetan okay ah die tun können wir auch noch schwarz machen so noch eine planke rein und dann tun wir das alles erstmal wieder hier rein die steaks können wir auch nochmal grillen damit wir die alle durch haben und wir haben hier ja noch ein paar samen kann ich das irgendwie ah ok so funktioniert das mit mittlerer maustaste wusste ich nicht warte mal wie sieht es jetzt unten aus mit rohstoffen ah geil wir haben ein fass nice wir können wieder eine band oben hinpacken so wollen wir die hier haben ja genau dann hier noch eine und dann kommt hier eine tür hin ah sieht schon nice aus ah wir haben wieder müll was wir nicht brauchen können wir auch nochmal wegschmeißen so zum beispiel ne da können doch da haben wir auch schon zu viel mittlerweile und noch einmal ja wir brauchten wirklich mal irgendwie so ne wir haben ja etwas was momentan ohne sprung läuft was wir eigentlich voll machen können mit dem müll so wie sieht es aus mit planken noch eine nice das heißt wir können wieder eine wand bauen ach komm so kein ruckler bitte man muss hier ne tür hin so eine drei nägel brauchen wir wieder so wir haben aber nur zwei dann machen wir von hier aus so dann haben wir jetzt drei jetzt brauchen wir wieder sechs planken wir haben vier zwei noch so was sagt er wo eine da hinten müsste gleich eine große insel sein und da hinten irgendwo ist wahrscheinlich wieder die bäreninsel und da ist eine kiste komm ich will die kiste haben bitte gib sie mir da muss ich ein bisschen weiter werfen wahrscheinlich kriegen wir sie ja jetzt haben wir sie perfekt machen wir hier jetzt die tür rein machen wir hier jetzt die tür rein das heißt das heißt ich würde dann hier irgendwie schauen dass ich den mast nach oben hin baue genauso wie dann da oben wo ich dann mehrere von den von den dingern hier hin tue und die satelliten auch dann alle irgendwie nach oben ich glaube das schaffen wir nicht diesmal wir hätten viel viel früher da losgehen sollen aber aber nice wir sind wir sind voll im zeitplan was aufbauen geht genau das kann weg und das kann weg und wir haben wieder eine neue kartoffel und zwei rüben wo kommen die denn auf einmal her so und so genau stein können wir hier hin packen ne falsch hier hier kommen die seile hin ah wieder ein fass den wollen wir haben ja geil haben wir nochmal zwei seilen und zwei planken so wir brauchen aber wieder dann die dinger für hier oder was ich auch am überlegen bin schaue ich mir vielleicht am besten eher einmal von oben an hier vielleicht irgendwie nochmal sowas in der richtung zu machen das ist so und hier nochmal ein moment so dann ist wenn man hier nochmal so eine spitze hat und dass man dann hier nochmal so die nach hier hin geht meine ich dass wir hier dann halbe eher hin packen nur so als überlegung damit es vielleicht ein bisschen mehr nach dem schiff aussieht wollen wir das mal versuchen wollen wir mal ansehen wie das dann aussieht machen wir mal einfach erst mal schnappen wir uns den so der kommt hier hin und der kommt hier hin und der braucht sechs wieder so ich hoffe ihr versteht was ich meine ihr seht was ich meine dass wir dann hier eine halbe wand hin bauen so so sowas in der richtung und dass es dann hier dann oben in eine schräge er geht wird ein bisschen schwer zu gestalten ja aber wir können das auch wieder abreißen sollte es doch nicht so gut aussehen sag ich jetzt mal so der mond geht unter jetzt ist die frage wo hätten wir dann die nächste insel da hinten wollen wir mal schauen ob wir das dahin schaffen oder ob uns die strömung dann komplett wegdösen lässt ich glaube die strömung zieht uns in die richtung wir werden die insel wahrscheinlich dann nicht erreichen wäre auf jeden fall gut möglich wir sind aber schon straight in die richtung unterwegs ich hoffe es ist eine große insel eine wo Gulliver drauf ist wir brauchen federn ich sehe die gar nicht ok ist wahrscheinlich auch noch zu weit weg und die müssen hier nochmal nachfüllen hier äh da sind die seile Lebensmittel nee dann haben wir genug dann alles andere weg oh wir haben wieder nice auch noch rein und Pflanzen Pflanzen wässern ok wir wässern Pflanzen so dann packen wir hier nochmal drei geben wir nochmal drei Farbe so und guten Durst hier müsste auch schon wieder voll sein perfekt Stand da wirklich die ganze Zeit über nur Pflanzen wässern ui da war ein Ruckler da frage ich mich alter warum ruckelt es jetzt gerade wir müssen schon gleich da sein wir müssen schon gleich da sein und wir kriegen dort Fass ich habe gesagt wir kriegen den Fass und Plastik so so nice dann können wir jetzt mal unten wieder versuchen das zu bauen was ich vorhabe so und so da hinten sehe ich schon die Insel haben wir wir haben keine neue Axt ah das könnte eine Gulliver Insel sein sieht zumindest danach aus ja das ist eine Gulliver Insel komm ich will ich will das Fass haben hallo ich will das Fass haben so so jetzt haben wir den so jo jetzt haben wir es verbraucht endlich hat auch lang genug gedauert und wenn das eine Gulliver Insel ist brauchen wir ein bisschen mehr Pfeile hier können wir auch noch ein bisschen warten also das ist auch schon voll können wir wegschmeißen aber die Farbe packe ich mal vielleicht hier hin und den und Stein so Waffen Steinpfeile so haben wir hier können wir nichts reinpacken hier packen wir mal die Rüben rein und die Kartoffeln also und dem restlichen Fleisch wir sind schon nah genug würde ich sagen können wir dann nochmal Anker lichten äh Anker werfen Entschuldigung ich bin da noch nicht mit den gängigen Begriffen vertraut wir brauchen aber noch eine neue Axt für Axt brauchen wir Planken und ich hoffe die haben wir ich hoffe wir haben noch Planken Werkzeug Axt Planke fehlt uns so warte mal dann eins zwei drei und die vier den müssen wir auch mal hier erstmal reinpacken ähm und zwei Schrott und jetzt noch fünf Planken können wir das unterwegs noch irgendwie vielleicht craften oder so wir können doch noch ein bisschen weiter dahin und so noch ein bisschen vor oh 86 Tage haben wir überlebt Hä? war hier nicht eine Tür? da ist die Tür ich kann von hier aus nichts sehen wie weit wir schon dran sind ah noch ein bisschen komm dann werfen wir jetzt den Anker dann verwirren wir halt den Rest oh keine Planken mehr da dann egal wir sind ja eh wegen Holz und wegen der Federn von Gulliver hier und der Kartoffel jo ich hab schon kommen sehen so komm Harrybert Autsch ok ich muss jetzt gegen beide kämpfen so 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 komm noch ein bisschen ja geil ja geil und die Errungenschaft freigeschaltet aber Okay, komm. Wo ist Gulliver? Den müssen wir jetzt auch noch erledigen. Da ist er. Das wird ein bisschen längerer Kampf. Okay, der ist jetzt dahin geflogen. Autsch. Und erwischt mich sogar noch. Wo ist er hin? Da. Autsch. Und erwischt mich trotzdem noch. Wir müssen auch mal was essen. Von wo holt er sich jetzt einen Stein? Wo ist er hin? Ich würde gerne wissen, wo er immer hin ist. Da ist er. Autsch. Okay, der wird uns wahrscheinlich diesmal kalt machen. Ich glaube, es wäre vielleicht sinnvoller, erstmal irgendwie was zu essen. Autsch. Ui, das wird jetzt... Nein. Ach. Das wird übel. Das wird übel gerade. Wir müssen einmal kurz noch mal auf Schiffs zurück. Ansonsten gehen wir gleich drauf. Okay, beide daneben. Immerhin. Da können wir auch eben... Oh, wir haben wieder neue Blumen. Nice. Ah, und Samen. Können wir die Samen einmal reinpacken und das auch nochmal gießen. Und dann essen wir... Und dann essen wir... Komm, wir essen die Dinger hier mal ein. Okay. Das Leder... Hier hin. So, die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. Und wir machen uns jetzt mal die Axt. Wofür wir jetzt einen Golzen noch brauchen. So, jetzt haben wir den. Nice. So. Äh, genau. Die Geflügeldinger, Schenkel. Wollten wir essen. Dann müsste unsere Gesundheit auch mal jetzt schnell wieder wachsen. Na, müsste jetzt gleich schnell gehen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge kämpfen wir gegen Gulliver. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. 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 Vielen Dank.